Dieses Video soll euch heute helfen bei der Entscheidungsfindung, welche der Geräte für euch besser passen und wo eigentlich die Unterschiede sind. Hallo, herzlich willkommen auf unserem Jagd- und Sportkanal. Heute möchten wir euch die Aktion 2 Serie der Wärmebildkameras von Pulsar vorstellen. Dieses Video soll euch heute helfen bei der Entscheidungsfindung, welche der Geräte für euch besser passen und wo eigentlich die Unterschiede sind. Und das geht am besten, wenn wir die Geräte untereinander so vergleichen, dass man dann wirklich die Images, die Bilder dann sieht. Deswegen haben wir auch hier einen Testaufbau gemacht mit drei Geräten. Die sind soweit vorbereitet, das heißt, wir befinden uns jetzt hier in einem Wildtiergehege und können dann entsprechend auch die Wildtiere so, wie sie jetzt einfach live sind, filmen. Und ihr seht dann die entsprechenden Unterschiede. Wichtig ist, bevor wir mit dem Test starten, wir haben jetzt mal diese drei Geräte so gut es geht miteinander abgestimmt. Das heißt, bei all ist die Helligkeit und der Kontrast des Bildschirms auf 10 eingestellt. Wir haben den Glättungsfilter ausgeschaltet und wir haben die Empfindlichkeitsverstärkung auf N auf normal gestellt. Es gibt hier natürlich noch eine Einstellung auf High oder auf Ultra, je nachdem, was für ein Temperaturkontrast herrscht. Das heißt, wenn jetzt zu viel Nebel ist oder zu starker Regen ist oder zu hohe Luftfeuchtigkeit, dann kann man hier mit den Reglern dann entsprechend arbeiten. Wir haben es jetzt auf N gestellt, damit es für alle entsprechend gleich ist. Ja, jetzt haben wir hier die drei Axiom-Geräte. Ich würde jetzt anfangen mit dem XM30F. Das ist so genanntes Einsteigermodell. Das hat einen Werbebildsensor mit einer Auflösung von 320 mal 240 Pixel bei 12 µm. Pixelabstand und einen NET-Faktor von 50 mK. NET-Faktor ist eben einfach die Temperatursensitivität von den Geräten. Dann haben wir hier außen ein XQ35 Pro. Jetzt hier mit dem Entfernungsmesser grundsätzlich ist dieses Gerät bzw. das in der Mitte des XQ35 jeweils mit wiederholen Entfernungsmesser verfügbar. Das XQ35 hat einen Werbebildsensor mit einer Auflösung von 384 mal 288 Pixel, 17 µm Pixelabstand und 25 mK. NET-Faktor. Hier in der Mitte, das ist das XQ35-Modell, hat einen Werbebildsensor mit 680 mal 480 Pixel und 12 µm Pixelabstand und einen NET-Faktor von 40 mK. Sie sind alle sehr robust, sind mit einem Magnesium-Gehäuse ausgestattet und sind auch wasserfest nach IPX7. Die XM30F haben alle einen austauschbaren Akku. Die XM30F einen ISP3 bzw. XG35 ISCO haben den ISP5-Akku verbaut. Die Akkulaufzeiten sind ein bisschen unterschiedlich. Das XM30F von XQ35 hat ca. 7 Stunden Durchlaufzeit und das XG35 bist du bei ca. 11 Stunden. Also da ist wirklich genug Saft und wenn du sicher gehen möchtest, dann nimmst du dir einfach einen zweiten Akku mit und dann ist alles soweit geklärt. Vom Funktionsumfang her gibt es die Möglichkeit, hier natürlich Bilder aufzunehmen oder Videos aufzunehmen. Sie haben alle einen internen Speicher und über Wi-Fi kann man dann mit dem Handy verbinden, sich vorher dort die App runterladen, die StreamVision 2 und kann dort dann sich Bilder und die Videos anschauen und downloaden. Die Menüführung ist bei allen drei Geräten gleich. Dieser blaue Knopf ist der Ein- und Ausschalter, das heißt im Betriebszustand, wenn man ein bisschen länger drauf bleibt, dann kommt man in Standby-Modus, spart sich damit Akkuleistung. Um ins Menü zu kommen, drückt man einmal fest den Menüknopf. Dann kommt auf der linken Seite der Menübaum und hier kann man unterschiedliche Einstellungen vornehmen. Wenn jetzt zum Beispiel die Farbmodi ist jetzt auf WhiteHot eingestellt, wenn man kurz drauf drückt, dann kann man die unterschiedlichen Farben hier einstellen. Man bewegt sich da durchs Menü mit dem Pfeiltasten nach unten oder nach oben. Wir bleiben beim WhiteHot, bestätigen das mit einem kurzen Klick mit dem Menüknopf und haben das übernommen. Und wenn man ein bisschen länger drauf bleibt auf dem Menüknopf, kommt man dann wieder aus dem Menü raus. Bei dem Gerät jetzt hier mit dem Entfernungsmesser gibt es hier noch einen Knopf. Wenn man den dann drückt, dann misst das Gerät die Entfernung. Ja, wie ihr seht, bei allen drei Geräten, allen Aktion-Geräten ist die Bedingung überall gleich und sehr einfach. Ja, grundsätzlich kann man noch sagen, wir starten jetzt bei dem Test auch mit der Ausgangsvergrößerung. Das heißt, das XM30F hat eine Dreifachvergrößerung, das XG35 hat eine Zweieinhalbfachvergrößerung und das XQ35 startet mit einer Zweifachvergrößerung. Und ja, das wären mehr oder weniger die technischen Details zu diesen Geräten. Und ich würde einfach sagen, dass wir jetzt einfach zu dem Test übergehen und dass wir euch einmal dann die Wärmebilder zeigen. Hier seht ihr die Wärmebilder der einzelnen Aktion nebeneinander zum Vergleich. Gefilmt wurde an einem schönen Herbsttag auf einer Entfernung von ca. 40 Meter. Man sieht, dass bei allen drei Axions das Wild gut und deutlich zu erkennen ist. Möchte man eben schnell das Wild entdecken, dabei das wesentlicher erkennen und das eher auf kürzeren Distanzen, dann ist man mit dem Axion XM30F absolut mit vorne dabei. Wenn man dann doch mehr Details erkennen möchte, das heißt mehr Randschärfe bzw. ein kontrastreicheres Wärmebild, dann sind diese Unterschiede klar beim XQ und vor allem beim XG-Wärmebild deutlich erkennbar. Gut sieht man das an der Trophäe vom Hirsch, wie detailreicher diese zu sehen ist. Gerade bei widrigen Wetterbedingungen und weiteren Entfernung spielt dann das XG-Modell hier absolut seine Vorteile aus. Weiters ist gut zu sehen das größere Sehfeld des Axion 2XQ im Vergleich zum Axion 2XM. Das ist vor allem ein Vorteil, wenn man im Wald unterwegs ist oder das Wild sich auf kurzer Entfernung befindet. Ich hoffe das Video hat euch gefallen und ihr habt euch einen Überblick verschaffen können über die Leistungsfähigkeit der einzelnen Axion 2 Handgeräte von Pulsar. Wir würden uns über ein Like freuen, über Kommentare, Feedback und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann einfach unten reinschreiben. Wir freuen uns, wenn wir euch etwas beantworten dürfen und wenn ihr euch weitere Videos anschauen möchtet, dann findet ihr interessante Videos auf der Jagd- und Sportseite bei uns, beziehungsweise auf der 4One-Plattform, eine Outdoor-Plattform für Outdoor- und Naturenthusiasten. Da gibt es auch coole Videos über Pulsar oder mit Pulsar im Einsatz.